Eben auf Twitter geschrieben, vor ungefähr einer Stunde habe ich angefangen, da habe ich geschrieben, dass es mir relativ schlecht geht und ich wusste nicht, ob heute Ungeschick stattfindet überhaupt, deswegen gab es auch heute keinen Timer. Ich hatte eben wirklich die Bauchschmerzen aus der Hölle, es hört sich so billig an, so Bauchschmerzen, das sagt man immer so, wenn man keinen Bock hat zur Schule zu gehen, oh Mama, ich habe Bauchschmerzen, aber Leute, ich beschwere mich so gut wie nie über Schmerzen, aber ich hatte wirklich Bauchschmerzen, die waren nicht von dieser Welt. Also das war erst, hat es angefangen als Bauchschmerzen, dann hatte ich an der linken Seite extreme Seitenschmerzen und ich dachte mir so, oh mein Gott, was geht da ab und dann ging es in den Rückenmark, ich konnte kaum atmen, ich hatte richtig Probleme zu atmen, ich hatte richtig Schmerzen, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht stehen, ich habe die ganze Zeit gedacht, muss ich auf Klo oder so, ich bin 30 Mal auf Klo gelaufen, aber es kam nichts, weil ich hatte, also es lag nicht daran, dass ich auf Klo musste, es war einfach, es war so schlimm wirklich, es war so schlimm. Und dann habe ich mich eben nochmal hingelegt und dann ging es langsam, langsam runter und mir geht es gerade gut, ich habe absolut gar keine Schmerzen gerade, also es geht wirklich richtig gut gerade.